Zum Abschluss, Herr Kurz, noch eine kurze Frage, weil es in den sozialen Medien groß diskutiert wurde, auch von Kommentatoren. Sie waren beim Evangelikalen-Großevent, da hat es den umstript in den Präger gegeben, der ein Gebet für Sie gesprochen hat. Würden Sie dort noch einmal hingehen? Ich war immer wieder in meiner Amtszeit als Bundeskanzler und zuvor als Außen- und Integrationsminister bei Großveranstaltungen aller Religionsgemeinschaften. Ich war bei Juden, bei Muslimen, bei Christen, ich habe sogar einmal den Dalai Lama getroffen. Und ich bin eingeladen worden, gemeinsam mit dem Kardinal an einem christlichen, ökumenischen Großevent teilzunehmen. Ich war dort, ich habe eine Rede gehalten und habe mich für die ehrenamtliche Arbeit bedankt, habe Menschen gedankt, die in schwierigen Bereichen der Pflege oder der Hospiztätigkeit ehrenamtlich arbeiten. Und ja, danach gab es einen für mich auch sehr überraschenden Moment, als mir ein Pastor, den ich noch nie im Leben zuvor gesehen habe, die Hand auf die Schulter gelegt hat und ein Gebet gesprochen hat. Ich glaube, man hat an meiner Körpersprache erkannt, dass das nicht so ganz mein Moment war. Aber das wird nichts an meinem Zugang ändern, mit Religionsgemeinschaften grundsätzlich einen guten Kontakt zu pflegen. Sie sagen grundsätzlich, dieser Prediger ist aber umstritten, er soll seines Zeihens Wunderheilungen vornehmen. Und der Kardinal ist aus meiner Sicht hoffentlich nicht unterstritten. Die Frage ist nur, das heißt, Sie bereuen sich, würden wieder zu so einem Event hingehen? Ich werde immer einen guten Kontakt mit den Religionsgemeinschaften pflegen und nicht nur zu Muslimen und Juden und Buddhisten und Hindus, sondern auch zu Christen gehen. Dann sage ich danke für das Gespräch. Vielen Dank.